Hallo Herr Falke, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie sind der Standesbeamte aus Isernhagen NB. Was tun Sie noch, außer Leute verheiraten? Zu unseren Aufgaben gehören halt sämtliche Personenstandesfälle. Das sind halt außerhalb der Eheschließung, das ist halt noch die Beurkundung der Sterbefälle und auch die Beurkundung von Geburten. Das ist der große Teil, dann haben wir noch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel sämtliche Namenserklärungen, die abgegeben werden können, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, wenn jemand seinen Namen ganz komplett ändern möchte und natürlich die Pflege sämtlicher Eintragungen, die wir hier seit 1874 in unseren Büchern eingetragen haben. Wenn da Veränderungen sind, gibt es mal Mitteilungen von den Standesämtern und das ist dann auch in den Büchern mit einzutragen. Wie prüfen Sie die Ehe? Zu prüfen haben wir, ob eventuell irgendwo Ehehindernisgründe da sind. Die können sich darstellen, dass die Personen ein entsprechendes Alter natürlich haben müssen. Ansonsten haben wir zu prüfen, ob eventuell eine Ehe noch besteht, die jemand irgendwo mal eingegangen hat. Wir haben zu prüfen, ob eventuell irgendwo Verwandtschaftsverhältnisse da sind, die dafür dann wären, dass die Ehe nicht geschlossen werden kann. Und außerdem haben wir auch zu prüfen, ob nicht eventuell eine Scheinehe vorliegt. Das heißt, dass die beiden gar keine Ehe führen wollen, so wie wir das halt verstehen. Gibt es ein bestimmtes Alter zum Heiraten? Ja, die Volljährigkeit ist das Alter, wo man heiraten kann. Das ist hier bei uns in Deutschland sind das 18 Jahre, die man sein muss, um heiraten zu können. In Ausnahmefällen ist es auch möglich, dass jemand, der noch nicht 18 ist, also vom 16. bis 18. Lebensjahr heiratet, das heißt also einer dürfte nur unter 18 sein, aber dann entscheidet das das Gericht, ob die sagen, okay, die können trotzdem heiraten. Es gibt Möglichkeiten, dass eine Ehe nicht gültig ist. Das wäre zum Beispiel halt, wenn noch eine bestehende Ehe oder eine Lebenspartnerschaft irgendwo da ist. Das wäre ein Grund, wieso eine Ehe ungültig ist. Dann natürlich ein Verwandtschaftsverhältnis in gerader Linie wäre ein Grund, dass eine Ehe ungültig ist. Oder wenn man halt feststellt, dass es sich um eine Scheinehe handelt, dann kann diese Ehe aufgehoben werden. Welche Papiere muss man mitbringen, um heiraten zu dürfen? Das ist natürlich ja unterschiedlich. Da kommt es halt immer darauf an. Was für mich halt immer eine Frage ist, ist die Staatsangehörigkeit halt, ob eventuell die Person schon mal verheiratet gewesen ist. Und noch so andere Fragen, die dann ausschlaggebend sind, was die für Papiere brauchen. Das ist also von Ehepaar zu Ehepaar verschieden. Wenn jemand noch nicht verheiratet gewesen ist, in Deutschland geboren ist und deutscher Staatsangehöriger ist, ist das relativ einfach. Die brauchen nur ihren Personalausweis und aus ihrem Geburtenstandesamt eine Abschrift aus ihrem Geburtenbuch. Eigentlich relativ einfach. Falls jemand schon mal verheiratet gewesen ist, braucht er halt auch eine Bescheinigung seiner letzten Eheschließung, wo halt auch drin sein muss, dass die Ehe aufgelöst ist durch Scheidung meistens. Kostet es was, beim Standesamt zu heiraten? Es ist nicht ganz gebührenfrei, wobei die Eheschließung an sich, die Zeremonie, die kostet gar kein Geld. Was man bezahlen muss, das ist halt die Anmeldung der Eheschließung, sprich also die Prüfung der Ehefähigkeit. In Anführungsstrichen kann man sagen, der Papierkram, der kostet eine Gebühr. Das sind 40 Euro, die wir hier nehmen. Ansonsten hat man nur ein paar Gebühren für die Ausstellung dann der Urkunden. Aber ansonsten, die Eheschließung an sich kostet kein Geld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017